Okay, ich werde nicht los. Yoshi! Obwohl, den brauche ich doch bestimmt, Yoshi. Yoshilein. Ah! Ah! Das ist doch mal interessant. Aber jetzt sterbe ich ja direkt. Als dann das hier... Egal, hier ist kaputter Boden. Sehr schön. Natürlich, glaube ich, muss es so machen. Ah, das ist ja mal richtig lustig. Nein. 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 Boah, das ist ja... Entweder, ich denke mir da irgendwie was falsch, oder das ist wirklich so schwer. Da, ich muss ihn einfach nur hinterher rennen. Nein. Yoshi braucht einen ganz kleinen Vorsprung. Boah, Alter, ist der Heck scheiße. Scheiße schwer. Da! What the hell? Laufen, laufen. Okay. Nein. Nein. Nicht runter, spring. Okay. Nein. Essen. 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 Jetzt kann er fliegen. Flieg, Yoshi, flieg. zu mir sagen. So weit hast du es geschafft. Und doch muss ich dir etwas beichten. Das Ziel ist leider schon viel vorgesetzt worden. Ähm. Ich ficke dich und deine Eltern. Du Arsch. Du Arsch. Boah, hat der mich geil verarscht. Ey, ja geil. Und er hätte ja auch einfach drüber fliegen können. Nein. Los. Spuck der jetzt einfach aus in einer Zeit. Wäre doch sehr schade drum. Ich probiere einfach mal. Ey. Warte, ich spuck mal hier rein. Ey, fick dich doch. Nein. Äh. Okay, so mach ich das. Nein. Nein. Runter. Runterspringen. Ja, geil. Und nicht dabei sterben. Danke. Äh. Okay, was kann ich jetzt dadurch? Mein Gott. Ey, das ist doch nicht wahr. Ist doch geil. Na, super. Der soll ihn nicht verschlucken. Düt, düt, düt. Düt, düt. Ja, und verfolgen kann ich ihn auch nicht. Das finde ich geil. Kann ich hier hochgehen? Na, das geht alles nicht. Ich muss ihn einfach nur irgendwie loswerden. Ja, und jetzt hängt er da oben fest. Geil. Nein, warte. So. Und? Was ist da noch? Ein, warte. Ja, ich hab's geschafft. Da ist noch einer unten. Ja, das ist der richtige. Nein. 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 Ja, war doch richtig. Ey, Perfekt. Der hätte da gar nicht laufen können. Und ich lade an. Ich krieg' nen Anfall. Oh, geil. Zu lustig. Hui. Los, Yoshi. Geht doch. Danke. So, das Ziel ist leider schon viel früher gesetzt worden. Was meinst du damit? Ich wusste doch, ey. Ich hab hier einfach alles überflogen. Ich dreiste Arsch. Ah, oh nein. Oh nein. Er hat das echt eingebaut. Er hat das echt eingebaut. Er hat mir vorher eine Sache erzählt hier. Nämlich von wegen Schlüssel rumwerfen. Und dann wird er tragen. Und dann wird er rumspringen damit. Finde ich gut. Finde ich echt toll. Dann Tschüss. Ja, toll. Tschüss. Nein. Ach, komm. Ja, danke. Hä? Okay. Hab ich jetzt zwei? Ravin nicht. Tschüss, Yoshi. Nein. Nein. Wieso hab ich den jetzt mal hier geladen? Okay. Ähm. Ich könnte aber auch das hier nehmen. Das da unten. Moment. Ja, aber dann komm ich ja nicht mehr hoch. Scheiße. Okay, dann jump ich. Spin jump ich jetzt hier hoch. Nimm den Schlüssel. Wie soll dat denn gehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird ja so heftig. Also irgendwie... Ich weiß nicht. Wie soll dat denn? Toll. Ja, geil. Ich glaub, das wird nix. Äh. Ja. Okay. Jetzt wissen wir schon mal, dass ich jonglieren kann. Das ist toll. Ey. Ja, aber... Wie kann ich denn darauf nochmal springen? Ravin nicht. Hoch. Hoch. Ravin nicht. Versteh ich nicht. Wie soll dat bitte gehen? Dass man dann auf den... Ja, toll. Jetzt hab ich hier zwei Schlüsse. Super. Dat geht ja noch nicht mal, wenn ich so auf den drauf springen will. Äh, Leute. Ah. Hab ich denn dat gemacht? Ich jump hier einfach eiskalt alles... Ball hoch. Ähm. Ja. Supi. Ja, aber... Ich weiß jetzt... Na. Ich weiß im Prinzip gar nix über diesen Jump. Wie kann ich denn? Wie kann ich denn? Äh. Ja, toll. Der Heck ist übrigens von demjenigen gemacht, der auch immer bei Terranigma mitkommentiert. Ähm. Boah, der wird gleich so angeschrien von mir. Ey. Was soll ich machen? Wie geht dieser Scheiß-Jump? Vielleicht mit Spin zusammen? Nein. Das war... Das war so ein Hin- und Her-Junglieren einfach. Einfach nur hochspringen. Ja, toll. Vielleicht mal in die andere Richtung. Ich könnte rein theoretisch auch so machen. Warte mal. Ja, bringt aber nicht wirklich was. Ich nehm dat. Oh, warte. Ups. Wollte ich gar nicht. Ich nehm dat. Toll. Toll. Dann bin ich oben und dann. Dann ist der... Ja, dann ist der Ding ins Unten. Ah. Ah. Gut. Bin hier schon mal ein bisschen weitergekommen. Oh, und er hat den Schlüssel verschluckt. Nicht so toll. Nein. Nein. Yoshi. Yoshi, hör auf. Yoshi. Ey. Yoshi. Wie ist du? Yoshi. Yoshi. Hör auf den zu essen. Ich glaub, das geht nur mit zwei, oder? Ja. Gut. Das kann ich nehmen und dahin spucken. Und wieder dahin spucken. Ja, ein bisschen professioneller vielleicht. Ja, so ist okay. So, speichern. Ah, die Zeit hab ich ja ganz vergessen. Dudu. Ja, sehr schön. Ja, brauchst du mir jetzt nicht immer anzeigen hier. Ich weiß, dass ich scheiße bin und das nicht kann. Mö. Ich probier einfach so wie gerade. Einfach die ganze Zeit die Tasten drücken. Ja, okay. Im Schlüssel hochhalten kann mir anscheinend auch keiner nachmachen. Wasser reichen und so. Ja, aber... Das bringt mir nix. Ich nehme den Schlüssel. Nehme den Schlüssel. Nehme den Schlüssel. Und ich jongliere. Ja, sehr schön. Warte, ich nehme den... Ja. So. Ja, aber... Mein Gott. Das ist so schwer, dieses Schlüssel-Jumpen-Dingens. Scheiß. Egal, ich höre es dir erst mal auf. Ich mache das dann später weiter. Ich habe mir da vielleicht ein paar Tipps noch. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis dann. 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 Dann.